Dieser Fiesta 1,5 Trend könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Autohaus Wismann. Der erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die elektrisch verstellbaren Spiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen bieten einen leichten Einstieg, auch hinten. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Zu den Sommerrädern gibt es noch ein Reserverad-Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sitze sind bequem, auch auf längeren Fahrten. Auf der Rückbank finden bequem drei Personen Platz. Für Ihre Sicherheit stehen zwei Airbags parat und ABS, ebenso Kopfstützen hinten und ein Notrad. Die automatische Klimaanlage hat auch einen Reinluftfilter. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Dieser Wagen ist innen und außen im Top-Zustand. Es handelt sich um ein Check-Heft gepflegtes Nichtraucherfahrzeug. Mit diesem Fiesta aus Erstbesitz werden Sie noch viel Spaß haben. Schauen Sie sich ihn doch einfach mal an. Das Team Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.